Konntet ihr Peggy finden? Nein. Aber ich sehe, dass ihr zwei euch vertragen habt. Haben wir. Ja, alles gut. Barbie! Wir wissen, wie wir Peggy finden können. Rookie ist ne Blutdogge. Bluthund? Äh, woher wisst ihr, dass Peggy vermisst wird? Gute Detektivarbeit. Und wir saßen in Barbies Schrank, als sie's ihren Freunden erzählt hat. Hey! Du kannst uns später noch anmeckern. Jetzt retten wir erstmal ein magisches, fliegendes Pferd. Finde Peggy, Rookie. Okay, los geht's. Hi, ignoriert uns einfach. Toller Tag zum Lesen. Superbuch. Bin zum Abendbrot zurück. Wir sind nicht mehr in New York. Rookie? Hi, Mom. Warte. Was? Stehenbleiben. Oh, entschuldige, Blisser. Okay, eins noch. Nein, ich mach lieber zwei. Bravo, Rookie. Oh, oh. Rieben, direkt vor uns. Na, wer kommt denn da? Wo wollt ihr hin? Halt nicht! Entschuldige, Tray, wir haben zu tun. Ja, ha. Oh, oh, oh. Denk ja nicht, ich krieg dich nicht. Zauber! Nix! Das war eine blöde Idee. Au. Oh, oh. Allerat, habt ihr das Mädchen gesehen? Komm sofort zurück! Stopp! Den Welpen hinterher! Sehen wir uns, Rookie. Da lang. Haben Sie das Mädchen gesehen? Hey, Leute. Theresa, komm mit. Rookie ist Peggy auf der Spur. Ist schon gut. Danke. Wartet. Wir müssen schneller laufen. Komm schon, Leute. Hi, Rookie. Hi, Stacy. Hi, Chatsy. Hi, Brooklyn. Hi, Ken. Hi, Barbie. Ich dachte, wir suchen mal. Suchen wir ja. Komm zurück. Hattest du Glück? Keiner wusste was. Ist das nicht einer von Barbies unten? Und alle rennen hinterher. Hey, komm zurück. Das muss doch jemand von euch bezahlen. Toller Service. Komm her. Ich will doch noch was mir gehört. Rocky, tu das nicht. Ich glaube an dich. Ich will doch noch was mir. Ah, wir fahren uns. Oh, schau. 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 oder? Tolle Strumpfhosen. Keine Ahnung, woher das Bild ist. Würdet ihr kurz auf meine Freundin warten? Klar doch. Und jetzt haben wir hier unsere letzten beiden Teams. Das sind wir. Das Finale. Wow. Hey, ich frage mich, was Kendall will. Du bleibst und ich seh nach. Entschuldigt mal. Rocky, kannst du Barbie herschicken? Die Mädels haben da was, das sie dringend sehen muss. Klar, warte. Nein. Ehrlich gesagt, vergiss. Quack. Oh, und du denkst ab jetzt, du wirst eine Ente, weil Tiger das lustig findet. Quack, quack, quack. Hey, ich kann euch doch dabei helfen. Danke. Hin fort. Na komm, Trey. Jetzt ist der Druck mal richtig groß. Aber wenn du denkst, dass wir danach ein Date haben, liegst du richtig daneben. Und sind wir jetzt dran? Ja, bald. Was hat Ken gewollt? Er hatte Hunger. Jetzt isst er ein Brot. Ihm geht's gut. Quack, quack, quack. Quack, quack. Du denkst, du wärst so toll traieren. Nimm das, Rocky. Was machst du da? Hast du gezaubert? Das war nicht, nicht gezaubert. Was? Er nimmt den Langweg. Die Uhr zeigt noch zwei Sekunden an. Das andere Team ist stark, aber wir schaffen das. Und Break. Welpen, pass doch auf. Diese Spielphase ist super wichtig. 25, 62,5. Quadratwurzel aus 31. Hatsch. Stacy schaut auf das Feld. Peggy steht frei. Peggy, fang! Was? Nein! Doof. Sorry, Peggy. Das Spiel ist vorbei. Ich wünschte, ich hätte tausend Frisbees. Dann könnten wir für immer spielen. Wow! Was, wenn ich nur einen Wunsch frei hatte und den mit den Frisbees verschwendet hab? Und nicht mit was so coolem wie Superkräften. Stacy, hast du schon rausgefunden, wie das mit den Wünschen läuft? Möglich. Siehst du die kleinen Federn? Ich denke, sie bedeuten, dass Peggys Flügel wachsen. Und wenn du sie gleichzeitig dort berührst, erfüllt sie einen Wunsch. Aber ich hab es noch nicht getestet, weil ich mich für keinen Wunsch entscheiden kann. Warte, ich weiß nicht, ob... Ich wünsche noch einen von mir. Was geht ab, Mann? Siehst knaller aus. Wie du. Wie du? Bist du überhaupt der richtige Ken? Offensichtlich nicht. Ich seh viel besser aus. Bereit fürs Rettungsschwimmen? Na, logisch, Mann. Seit wann seid ihr Rettungsschwimmer? Ihr seid gerade eine Minute alt. Du hast recht. Ich wünsche mir noch mehr Klone und davon soll mindestens einer Rettungsschwimmer sein. Knaller! Los geht's! Tolle Haare. Schön, dich kennenzulernen. Hey, hey, siehst cool aus. Wartet, stopp! Kommt hierher zurück! Was mach ich jetzt?